Sein Name ist Mitch Garnett. Dann zieh dich aus dem Park. Verdammt nochmal, Sie behandeln mich hier wie ein Penner oder ein Junkie. Ich bin Kriegsveteran. Lass den Park und zwar sofort. Durch seinen Kampf will er eine ganze Stadt wachrütteln. Er kämpft für die, die ohne Hoffnung sind. Ich will nicht, dass irgendwelche dummen Fehler passieren. Es soll keine Verletzten geben. Und es wird auch niemand verletzt werden, wenn Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Er ist unberechenbar. Wir sind der Meinung, dass es sich hier um eine Gruppe von gut durchorganisierten Terroristen handelt. Er ist unnachgiebig. Nur ich habe die Kontrolle über den Park. Er ist ganz allein, ein Einzelgänger. Vorsicht runter! Und durch nichts aufzuhalten. Was haben Sie hier zu suchen? Wir haben doch den Leuten etwas mitzuteilen. Wenn Sie wollen, dass die Welt es erfährt, dann werde ich es jetzt aufnehmen. Ich bleibe in diesem Park bis 21 Uhr, Mittwochabend. Wir müssen ihn unschädlich machen. Sie versuchen alles, um ihn auszuschalten. Ich bringe dich heraus, ob weit es hell wird. Aber Mitch, was soll das? Wir sind beide schon tot, das weißt du. Ihr Gerät außer Kontrolle. Tommy Lee Jones führt seinen eigenen Krieg gegen New York.